Was geht ab und herzlich willkommen zu Outlast 2 Letzte Folge Am Ende der Folge ist ein Kollege gerackt, der uns geholfen hat hier Komme ich hier überhaupt nochmal raus oder so? Komme ich jetzt hier raus? Achso! Boah! Shit! Der hat ihn ja richtig durchgenommen Scheiß! Nur weil er uns geholfen hat Und er war ein Ungläubiger Wird so gecallt Welche Batterien habe ich? Da wusste ich das überhaupt Ich bin schwer nicht angezeigt Mal lesen auch 2 2 2 2 2 2 Wo die mich gepackt hatten, kamen andere noch haben mich gefällt, einfach. Haben den nicht genommen. Ah, die Spule, da. Fuck, ey. Yo. What the fuck? Ist hier hoch? Ach, guck mal, hier hat er es gleich gesehen. Yo, sonst kommt er überall hoch, aber hier drüber will er nicht, oder was? Verstecken! Halte zu... Eh zum Spielen. Hu. Alter, inna, was ist das? Alter, warum ist die Musik wieder so heftig? Und wieder im Wasser sind wir gelangt. Ja, Moin. Was ist das für ne alte Sache? Was ist das für ne alte Sache? Was ist das für ne alte Sache? Yala, yala. Lass mich durch. Was ist das für ne alte Sache? Halt mich hier drauf? Ich kann mich hier durchschlossen. Halt mich hier noch. Halt mich hier noch mal hier live, ey. Ich muss da hin? Ich rief ihn doch vorwärts! Ich rief gerade gar nichts hier Guck mal, kann ich das denn hier aufmachen? Nicht Leider Junge, da brennt doch schon wieder einer, oder? Ja, war ja klar Da hängen zwei Boys Oh fucking Christ Alles gut, alles gut, alles gut Ey Die Kapitel Jemand von dort will wissen, wo sie Linde haben Ich bin tot 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 Hallo? Ich bin tot Ich bin tot Alles klar They flayed me Escape Oh fuck, ich hasse Maisfelder Ohne Scheiße jetzt Ich bin tot Glück Oh fuck me Oh fuck me Not her Alter, alles klar! Batterie gleich wieder nervt! Och nein! Kumpel, geht's dir gut? Alter, verbiss dich! Als ob! Dega, wie? Wie hat mich dieses Stück Dreck gesehen? Vielleicht der andere? Reload! Nebenschild einer? Ich kann nicht mehr sprinten! Ich kann nicht mehr sprinten! Kann ich mehr sprinten? Nice, 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 nice! Wie hat er mich denn gesehen? Ich war im scheiß Maisfeld! Oh, ich guck mir jetzt wieder auf! Das ist so geil! Wie ist das denn okay? Alter, die Technik mit den Boys Alter, diese Mech durch diesen Pricks Ah, Elen, jetzt durch Komm schon der Mist Warte Darf ich mich nicht bewegen oder was dabei? I don't know Drei 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 Das ist ein Schiff. Du gehst jetzt an. Du gehst jetzt an. Das ist ein Schiff. Das ist ein Schiff. Was? Das ist ein Schiff. Die Kapitel. Wer will wissen, wo sie ihn genommen haben. Ach, das ist ein Kack. Du sieh! Ich dachte, ich schreck mich da. Was ist das? Wie schön hier ist, Hanna? Wie schnell die Batterie einfach leer wird bei dem Kombi... Die Kombi... Die Kombi... Die Kombi... Die Kombi... Die Kombi... Unglaublich. Also alles dunkel? Wohren! Wenn der mich jetzt sieht! Ne, Wallhack! Selbstverwohlen! Geh weg! Und der Bro kommt auch gerade! Nein! Mach keine Runden! Geh ein paar Runden im Korn- oder Mais-Belt! Der Fixer will auch nicht weg, ne? Geh weg! 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 Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? wenn ich da vorne bin verlassend come on guy der macht mir gar nichts komm ich kann nicht rein ich darf einen Eingang ich will hier rein ich kann mich verstecken ich muss die gleiche Safe-Column vorgeben muss ich die edere doch ein knüppel in der hand niemals der will mich selbst schlagen bevor wir dahin gehen gleich mal ist das mit der folge und die kupperscheidung oder auch das haupt rein